willkommen nach einer ewigkeit mal wieder zu einer neuen freunde skywars ja und heute einfach noch mal ein bisschen spielen und quatschen weil es ewig nicht mehr da war und ich irgendwie zu dämlich bin damit meine ich dass ich irgendwie nicht hingekriegt habe ob es richtig einzustellen bis jetzt jetzt funktioniert 60 fps bei 50.000 kodierung oder so also eigentlich alles perfekt sommerferien habe habe ich auch mehr zeit videos aufzunehmen geht's auch schon los alter manier klauen wir natürlich nichts außer vielleicht aber jetzt bin ich ja wieder zurück und wir können wieder alter früher wie montana black sagen würde wir können natürlich jeder bis jetzt spieler oder vielleicht in einem anderen stream machen darauf wie alt bock hättet ihr könnt jetzt oben rechts glaube ich abstimmen was ihr denn so sehen wollt ob wir lieber mal irgendwie ein livestream haben wollt oder lieber videos wir könnten alles klar bin ich so geplant da seht ihr mal wieder mein skill ich glaube mir ist langweilig aber die größte neuerung habe ich noch gar nicht verraten nämlich mir zu meiner konfirmation einen zweiten monitor zugelegt bisher bin ich es ganz finde ich ist ganz praktisch vor allem zum aufnehmen habe ich dann einen zweiten monitor mit dem ich gucken kann ob alles passt oder oben kommt schon jemand rüber mal sehen ob wir den schnäckseln können da ist da haben wir wohl ihn geregt ist gerade keiner mehr doch da da hinten ist noch einer mit dem können wir eigentlich mal ganz nicht piki rüber ich bin auch so ein genius und mlg ich habe gedacht das klappt gar nicht mehr aber vielleicht oben sieht die denn ok ok den haben wir auch da haben wir gewonnen leute gg war doch mal eine erfolgreiche runde so jetzt bin ich mir auf dem mit palermo genau palermo kenne ich auch noch gar nicht habe ich noch nie gespielt und also die sachen sehen wir schon ganz nice aus angst dass die leute so schnell hier sind in diesen einzelrunden 1 2 3 3 die hier ist alle ok leute dann ist nur wohl oder übel mal gucken wo andere gegner sind glaube ich erst mal die mitte so war schon mit der mitte die wird wahrscheinlich gegutet sein oder sehr nach er sieht ok ok da haben wir ok oh schade ah mist da hat er uns wohl geholt so jetzt noch eine runde auf der map we say we say we say we say so es geht los oder seine wüsten map das ist schon mal nicht da hat sich noch nicht gerührt nice ja weiter gelaufen wir versuchen jetzt noch mal irgendwie bisschen mehr zu reißen als eben auf der maps me war okay der kommt schon mal warten wir mal bis er da ist so leute das war es mit diesem kleinen video für heute ja haben ein bisschen was gespielt vielleicht nicht ganz so lange das video vielleicht nicht ganz so spannend bis dahin sage ich ciao